Ankle Hops mit Körbegewicht Bei der Übung ist wichtig, macht so wie der Athlet, nehmt eure Hände an die Hüfte, konzentriert euch darauf, dass ihr kurze, schnelle Bodenkontakte habt und dass ihr möglichst aufrecht bleibt, nicht nach vorne lehnt, sondern aufrecht bleiben und die horizontale Bewegung nach vorne wird möglichst ausschließlich durch die Bewegung in den Sprunggelenken entzeugt. Untertitelung des ZDF, 2020